Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT. Wieder mit dabei der Ataboo. Moin moin liebe Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, sag noch mehr. Der Aztatik ist dabei. Hallo? Der Aztatik. Guten Abend. Das Potato. Moin moin ihr geilen Schnitzchen. Stormblade ist auch dabei. Und die Damen immer zum Schluss, die Vorella. Das ist zum Katzen. Ich bin der Bleddick und ich gebe die Runde frei. Aber Bleddick, mal ne Frage. Was ist eine Dust-Potato? Dust-Potato? Nicht Dorf-Tomate. Ich brauche ein bisschen mehr Muni. Was soll das denn hier? D-U-S-T und dann Potato. Nein, D-A-S. Artikel. Ein Artikel. Boah, die Musik geht das nicht an. Ja eben. Ich kotze mich so selber an. Jetzt geht's. Wo ist die Musik? Ich versteck mich. Wenn ich die Musik nicht mag, ist Traitor. Alter. Alter, ich mach die Musik. Alte Traitor sagen jetzt B. Was? Oh. Aber das ist ja richtig falsch. Ne, das ist das. Licht an. Oh. Ich bin krass. Oh mein Gott. Richtig krass. Richtig heftig krass. Ach ja, hier muss man wieder. Hier geht auch was auf. Ja, hier geht überall was auf. Ja aber den- ich spiel die Map schon- habe die Map schon so oft gespielt. Aber den kannte ich noch nicht. Wie kommt man denn hier durch? Da auch? Ähh, rechts und вниз. Ja, da geht's auch durch. Da. Loll! So, ich will dafür da the aesthetic jetzt auch mal Diversity D Alexa vorliest. Ihr auch? Kann ich nicht, ich bin Dieter. Ich könnte es auch nicht selbst auf Deutsch stehen. Bei mir steht entschuldig. Du hast ernsthaft, dass auf Deutsch stehen? Joa, warum dann nicht? Warum? Okay, das hab ich noch mal... Kannst du gar nicht cool mitreden, dass du Traitor bist. Du bist ja Verräter. Ja, wenn nicht Verräter. Ist der Mann durch alle Räume durchschießen fair? Ja, ja. Habt ihr kein Zettel? Ich noch gar nicht. Hi, Arthur. Weiß nicht mehr, wo der Zettel ist. Ich hab's aber auf irgendeinem Zettel geschrieben. Geh mir mal in dein Buch rüber. Was ist der Ernsthaft auf den Zettel geschrieben? Ja, natürlich. Hey, ich wollte dich bilden lassen, weißt du? Er schreit da, wir haben Spieß. Der Wackenspieler. Wie war's? Ja, natürlich. Hey, was soll denn da, der Rotz? Mit 26, aber ein bisschen spät, Arthur. Ja, der ist ein Spätzünder. So, ich versteck mich hier drüber, bis ich wieder in der Wache bin. Da spür ich schon länger. Stevie, lebst du noch? Ja, ja, natürlich lebst du noch. Weil du nicht antwortest, das ist ganz unzüglich. Normalerweise kommen da irgendwelche Hasspredigen und Salz. Weißt du, das ist irgendwie langweilig, jedes Mal darauf zu reagieren. Nein, das macht's doch gerade erst lustig. Meinst du, das macht's lustig? Hä? Hier explodiert's gerade wie Sau. Ja. Die Bombe explodiert? Fertig, lebst du noch? Keine Ahnung, bitte mal hierher kommen. Einer, ist mir scheißegal. Schieß mal da drauf. Wo bist du denn? Lange, lange, lange drauf. Hier ist Mark. Komisch. Ja, geil, meine ganzen Waffen sind jetzt weg. Du wurdest gehend kraft. Was geht das? Was ist hier los? Nee, er hat dieses Dings, diese Traitor-Waffe. ASTHETEK! Hallo! Ich versuche alle Waffen zu verbannen auf dieser, außer meine. Das schaffst du nicht. Klar, wenn ihr immer wieder ein... Oh Gott! Dann geh ich lieber weg hier. Du kannst ja eine Minute lang, zerstörst du ja auch alle Waffen. Leitek ist hier gestorben durch eine Explosion. Nee, geh weg. Er hat's hier, wir haben kurz stehen. Dann soll ich die Bombe wirklich sterben. Erzi, bleib stehen. Nein. Jetzt bin ich doch nicht alleine. Ich will eine Waffe! Ja, hier warten wir dann hoch und dann auf dem Badezimmer was noch, äh, hier es geht. Hat der dich ausgetrickst? Meine Wiese! Ja, ich hab dich ausgetrickst, voll geil, ne? Ich find dich schon. Machst du fixen schon? Wer ist da hinten? Wie? Ohne Scheiß, wo ist denn die Musik? Ich hab die Schnauze voll, wo sind sie? Was? Wer wird's da? Zwo, eins! Ich konnte nichts machen, weil mich der scheiß Deze gehandcauft hat! Alles richtig gemacht. Nein! Jetzt war mein Bumerang weg! Somit war das Marine Life weg! Ich hab nicht auf die Zeit geachtet, ehrlich gesagt. Ha, ich wusste es war Erzi. Ich hab's auch aufgedrückt. Aber ich hab immerhin die Bombe geplantet, ja? Ich hab den ersten Kehl gemacht. Ich konnte ja nichts machen, wenn der scheiß Deze mich handcauft. Geilste Waffe. Handcauft ist okay. Ich weiß nicht was, das war, ich bin explodiert. Achso, okay. Das war die Bombe. Das war die Bombe. Das war tatsächlich ne Bombe. Die Deagle ist weg. Fuck. Hallo. Scheiß Deagle. Scheiß Handkaffen. Das ist jetzt die dritte Map, die ich heute aufnehme, wo ich nicht einmal Traitor wurde. Ich werd Traitor und dann meinst hier der Deze mich zu handcafen. Hallo, die Map ist noch nicht vorbei. Du heust schon wieder rum. Du meinst der Deze hat geil gespielt oder was? Du meinst der Deze hat geil gespielt oder was? Gleich kommt der Bulldozer. Nee. Jetzt schlägst du noch mal raus. Zusammen mit Aesthetic. Hi. Nee. Hi. Machen wir Bulldozer oder was? Vielleicht geht's einfach mal aus, weil ich's will. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Ich auch nicht. Die Tür geht nicht auf. Moin. Moin. Da musst du auch die Klinke in die Hand melden. Lass mich doch mal raus. Schade diesmal. Da drücken sich die Leute die Klinke in die Hand. Das geht nur alle paar Sekunden. Geht's mir lang? Leute, ist das ein versteckter Teppich? Du bist auch ein versteckter Teppich. Du bist auch versteckter. Er ist ein verstörter Teppich. Verstörter Teppich. Hier, stecken euch eine Smoke. Ist das irgendwie eine Pornoseite oder was? Warte, gibt's sogar eine. Wo? So. Was? Will sie abkriegen? Echt? Wo bist du? Echt? Ich bin in der Mitte. Da bist du. Hallo. Okay. So. Gleich macht's eine Bomb. LOL! Anschau! Hat eine echte Bananabomb gehabt. Da muss man nur... LOL! Er ist es. Er hat eine Bananabomb. Identifizieren dann auch. Identifizieren. Ey, ihr habt die Explosion gesehen und die Bananabomb. Das war eine Disco. Ich hab doch nur eine... Ich hab doch nur eine Disco. Aber da liegt eine Banane. Ja. Ja, das ist die alte Pro. Wer hat jetzt grad Schaden genommen? Ja, ich bin runtergesprungen. Achso. Nur fliegen ist schöner. I believe I can fly. Ich hab gesagt Licht. Ach, geht nicht. Über den Wolken. Potato. Oh, hier ist ein Stormblade draufgegangen. Oh, hier ist ein Stormblade draufgegangen. Und jemand hat das gemerkt. Ja doch, den Schuss hätten sie gehört zu dem Tod. Aber nicht gemerkt, dass ich es werde. Ich hab übrigens keine Munition mehr. Ah, jetzt hab ich Munition. Bin versteckt. Ich hab den DNA-Scanner mitgenommen vom... Dete. Dete. Und weiß, wer ihn gekillt hat. So. So. Und lass mir das jetzt anzeigen. Hallo. Hallo. So nicht. Hä? Ach komm schon. Weg, was du wechseln? Ah! Ey. Potato! Das ist was, wer es ist. Okay, das ist Protektor alles. Potato hat mich auch... Als... Ich krieg ihn nicht identifiziert. Warum das? Ich krieg den nicht identifiziert. Warum? Ja, er war der Jätringer. Lol. Kann mal einer das Licht wieder anmachen? Nein. Ach, guck mal da. Oh Gott. Scheiße! Warum kriegst du nicht? Ich bocke richtig geil in der Ecke. Ja, das war halt echt... War doch voll geil in uns einfach nur Salz. War doch richtig geil geschauspielert oder meinst du nicht? Ähm, eine doofe Frage. Wie er nicht stirbt. Ähm, was war noch mal um sich zu heilen? Ja genau. Ah genau. Ah genau. Das ist die Schote gesurft. Könntest du mal bitte meine schauspielerische Leistung loben? Oder Sandwich. Unfassbar. Ist besser. Sandhexe? Ne. Nicht Sandwich. Hallo. Du hast Sandwich gesascht. Hallo. Ne, ich meinte Sandhexe, aber okay. Sandhexe. Sandwich. Wieso krieg ich hier gerade keine fucking Tür auf? Wenn es falsch ausspricht, ist es die Sandhexe und kein Sandwich. Aber es ist Sand... Sandwiches für mich noch Sandbitches, ne? Sandbitches. Ich hab nie was von Bitches gesagt, du. Ja, aber wir haben alle Bitches gestalten. Ne, aber ich... Also... Toll. Oh, du hast ja gestapselt. Hier brennt es. Worn. Hochgegangen. Ich komm hier nicht durch so lange. Das ist scheiße. Aua. Die, sie, aua. Ich bin da noch... Ja, Banane, 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 Banane. Oh Gott. Hat Bumm gemacht. Das ist ein Mase. Ich will da langen. Ey, ich hab nur 14 AP. Alles doof, find ich jetzt. Ha! Lass mich raus. Ne, ich war in dem Raum rechts neben der Tür. Lass mich raus und ich mach dir die Tür zu. Weißt du? Dom. Ja. Sehr nett von dir. Ich weiß, so bin ich. Achso. Der hat sie kaum noch leben. Ich mach nur Strom, keine Tür. Du weißt mich alle. Nein, woher... Wer hat es gestorben? War das? Benchef. Ich weiß, von wo der kam, aber ich weiß nicht, wie ich den Raum wende. Dewey. Nein, aua ab jetzt. Mein Bart. Aua ab. Bei Potatoen nichts. Ich möchte aber wissen, wer gestorben ist. Der Tote. Das stimmt. Meistens der, der am Boden liegt. Dank ist mit einer... Ich hab doch gehört, dass jemand... Da. Da. Storm. Tauscht der Traitor in der AK gegen meine... äh... FN-Weapon? Wie ich gekauft hab. Hier, meine AK. Dankeschön. Paarautos. Ästhetik, kannst du mich heilen? Nein. Warum nicht? Nein, nein, nein! Atta! Ah, Flammenwerfer! Ah, Flammenwerfer! Ah, 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 ah! Er ist weg. Er ist tot. Atta ist down. Ich muss mich mal kurz heilen, ja. Ich hätte beide umgelegt. Warte, hier. Kannste haben. Ja, Atta war... Atta war Traitor. Er will ich nicht. Ich hab eine Schrotze. Als Erz... Ja, du kannst doch beides nehmen. Das ist ein Item. Ihr entsorgt den mal. Dankeschön. Dauert noch ein bisschen. Hey, seid ihr euch nicht? Hä? Wieso sollte ich es sein? Weil du der Letzte bist und ich innocent bin. Ja, genau. Oh, klar. Oh, lol. Sorry. 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 Reflex. Oh, lol. Ey, das war sowas von random. Das war der Letzte Witz. Ich hab doch aufgehört zu schießen. Nach dem ersten Schuss. Reflex. Ja, genau. Aber weil ich geschossen hab, aus Reflex, bin ich dann tot gewesen. Und ich war sowieso schon tot nach dem Schuss. Also was für ein Arsch. Meine schlechteste Runde heute. Eine Rifle. Dauernd werde ich schon irgendwas geschossen. Warum ich eigentlich nicht direkt auf Platic geschossen habe, verstehe ich immer noch nicht. Weil darum. Weil das random war. Sowieso. Das wäre nicht random gewesen. Nein. Das wäre aber safe. Es hätte die Platic gewesen. Ihr seid ihr beide. Sie wird eingeschossen. Stirb. Alter. Ich geh weg. So rum. Höre auf deinen Gott und Meister. Also, Platic sag was. Derb. Derb. Alter. Du bist gerade eine Leiche entgegengestürben. Oder stirb. Raus. Jemand ist gestorben. Ich geh weg, Ludwig. So wie du das sagst. Ich höre voll auf dich. Wer hier reinkommt, kriegt eine SW in den Kopf. Hier oben liegt eine Leiche. Oh toll. Eine Leiche gefunden. Er ziehst du. Auf Dachboden. Entschuldigung. Aber irgendjemand ist gestorben. Dachboden. Dachboden ist er gestorben. Du gleich. Da hier vorne liegt. Er. A Traitor. Der hat sich ohne mit selbst gesprengt. Meinst du Erzi? Ne. Aesthetic hat sich selbst weggesprengt. Olaf Kahn. Beste Antwort von Fungers Kahn. Waddo. 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 Ja, okay. Gut Job, Aesthetic. Ist Blut? Ah, er zieht Waddo. Das ist ein schlechtes Wetter da draußen. Hast du dein Süppchen ja nicht aufgelöffelt? Ne, ich höre gerade einfach nur noch so im Spiel so. Geh weg, Waddo. Okay. Ne, ich höre die ganze Zeit. Oder hast du nur die Sahne von Dani Sahne geschleckt? Ich rede von Pudding. Ja. Ich denke mir noch so the fuck. Ach Gott. Wo bin ich? Oh, die neuen Schatz. Hey. Hi. Das könnte auch ein Reammer sein. Yivi. Ey. Hat du. So. Ich hab Erzi wiederbelebt. Potato. Ihm ne Waffe gegeben. Yivi. Er ist innocent. Ich muss weg. Safe. Ich muss weg. Ich versteck mich. Bitte deinen Traitor äh killen. Ich bin weg. Deinen Killer killen. Erzi. Ok, ich lass mal Erzi in Ruhe. Schieß mal. Ich hoffe du weißt wer das war. So, ich hab jetzt meinen Koffer genommen. Ich hau jetzt ab. Tschüss. Confirmed. To the TF aufs Erzi. Ich hab, warte. Einfach schießen wenn du ihn siehst. Einfach aufhalten. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will raus. Ach so. Nein, nein, du gehst nicht raus. Was hast du nur eingepackt? Ähm. Meine Unschuld? Joghurt. Ach deine Unschuld. Ja, ja. Ich schenk euch kein Licht. Ach man. Du bist langweilig. Erzi. Der bleibt jetzt da drin. Nein, mach das aus. Mach das aus. Mach das aus. Oh scheiße. Die Musik war aus. Hey. Hi Storm. Hi Storm. Wer? Erzi? Ja, der darf mich nicht sehen. Warum darf der dich nicht sehen? Storm, hast du ein kleines Problem? Du lässt mich nicht raus. Ich steh doch nur hier. Du weißt also nicht wer dein Mörder war. Wer dein Töter ist. Wie? Wo bist du denn noch durchgeglasht? Erzi ist es nicht. War das letzte Mal. Ach. Stevie oder Atta? Ich bin unschuldig für die Nacht. Das ist Storm, das war jetzt unfair. Ja, tut mir leid. Dann würde ich dich einsperren und dann geht das nicht. Ich wusste den Weg nicht. Detective? Ja? Komm mal. Komm mal über der Haubhalle. Ich habe für dich noch einen Traitor. Ja, leg ihn mal da hin. Ja, mich selbst. Richtig. Vielleicht könntest du so einen Punkt da rausziehen. Ich hab den schon gesehen, da waren keine Punkte mehr drin. Hey Atta, lass ihn da. Ja, ja. Ich will erst mal meinen Kollegen wieder. Jetzt hab ich gerade ernsthaft meine Waffe weggelassen. Ich glaube ihm den Scheißespruch auch noch. Ich gehe mal lieber gucken. Alter. Nein! Nein! So, kannst du das mal ausbluten bevor du dir in die Pfanne drinstehst? Oh Mann. So, das haben wir auch schon hier. Was hast du für Beweis? So, da gibt's noch ein bisschen... Nehmann das gestorben? Und zwar Stevie? Okay. Die haben noch irgendwelche Zutaten. Also Strom ist das. Ja, Orangischen haben wir auch. Also da können wir schöne... Schöne vegetarische Aesthetik vorbereiten. Scheiße. Da hab ich doch gesagt! Ich sollte mit dieser Waffensperrerei aufhören. Weil jedes Mal bin ich dadurch jetzt verreckt. Aaaaah! Er zerrt mir auf mein Löcher zu ergewaltigen. Er steht wohl. Macht Spaß, Bleddick? Ja! Hallo? Hi! Wie bist du gestorben? Ich bin in dem Boom-Buddy, den mir mein Traitor-Kollege direkt vors Gesicht gelegt hat, bin ich gestorben. Ach, du bist es gewesen. Dann identifizier den doch nicht. Ja, der ist von oben runtergefallen. Ich weiß, das war der Plan. Alles geplant. Oh Scheiße. Alles nur versaut. Keine Minusprobleme. Er hat Glück gehabt. Weißt du, er hat noch ein paar Sekunden länger und ich hätte dann Fettekwit und Bananen gekocht. Wie ist die Milch, was hier ist? Ich bin wie Smur-Brett, weißt du? Smur-Ey! Oh Mann, die Idee! Nein, ich bin diesmal oben! Hey! Diesmal nichts! Ich, ich wurde schon fast gekillt. Ja, weil ich eingeschossen bin. Ich will nicht. Ich drücke, es geht nicht. Meine Fresse. Es geht nicht. Es will nicht. Deto! Ey! Geht wirklich schnell. Ey! Holy Grenade! Ja, ich bräuchte viel eher. Ich hab noch 23. Ich wurde angeschossen. Ich beschütze den Deto. Ich beschütze den Deto. Ich hab nur noch 20. So, ich hab weniger. Also bin ich erst dran. Ich bin Deto, pack mich an und du bist tot. Werde ich auch geheilt. Pack mich an, du bist tot. Aber wenn du ihn nur sterben lassen willst. Ich geb dir davon aus und Double Barrel. Ich beschütze dich. Ich geh da rein. Ja, genau. Jetzt haben wir nur runtergefallen. Ich wurde angeschlossen. Komm zum Klavierraum, Heilmilch und kriegst du Double Barrel geschenkt. Mit zwei... Ah, hier brennt's ja! Man kann Munition droppen, das muss ich nicht. Natürlich, aber keine Ahnung wie. Nee, gibt's ja gar nicht. Ach, hier kann man auch noch lang. Mit Z könnt ihr das machen. Voll geil. Die Tür geht nach innen auf. Die müssen als Traitor Y drücken. Ey, Sevi. Ja, hi. Ey, ich könnte dir jetzt nur den Headshot geben, blödig. Weil du durch den Kopf durch die Tür guckst. Hallo. Was ist denn los? Bombe! Ich mach mal kurz die Tür zu, ja? Wo ist denn die Bombe? Damit wir beide unter uns sind. Ich weiß nicht, wie die Tür ist. Ach, guck mal, da geht's auch zu. Hätt sie kaum noch leben. Ja, wie gesagt, ich bin hier runtergedroppt. Oder wurde auch angeschafft. Ich hab Potato wieder geholt. Er ist inno und safe und darf einen Killer suchen. Da ist jemand gestorben durch den Bumerang. Incedary. Da ist jemand durch den Bumerang gestorben gerade. Im Keller. Was? Du weißt auch nicht, wer dich gekillt hat, ja? Also Atta war es nicht, Atta ist hier, obwohl er fast tot ist. Doch, ja, dann lauf los und kill ihn. Was? Wieso? Wieso soll ich Atta killen? Nee, äh, wenn mein, äh, wenn mein, äh, wenn mein, äh, gefüllt war, äh, wieder... In Blutspuren. Wenn der mich sieht, dann macht er mich weg. Also? Nein. Ist wieder jemand gestorben. Der, der, Twitter mit dem Bumerang ist echt fleißig. Ich hör's, aber ich seh's nicht. Ich hör's, aber ich seh's nicht. Ich folg den Geräusch mit dem Blutspuren. Kann ich jetzt das Licht ausmachen? Nein. So, jetzt hat's funktioniert. Geht doch. Hm. Ey, das haben wir... Ihr könnt mich doch veräppeln, oder? Macht doch nicht ständig mir das Licht an. Ich mach's wieder an. Warum? Weil's mich nervt. Ich such die Leichen. Wo sind die? Hier. Erzi ist tot. Geh weg, Potato. Weg von mir. Du biss's nämlich. MP7 hat ihn getötet. Nein, er isses nicht. Erzi wurde von einer MP7 getötet. Potato ist inner- und wiederbelebt. Aber ich hab's Sibi gerade ganz hart in Verdichtung. In Verdicht? Er hat eine MP7. Erzi wurde von einer MP7 erschossen. Ah, Potato schießt auf ihn. Er ist es. Sicher. Ich soll ja fliegen die Kiste... Verdammt! Okay. Ah. Ah. Okay. Wir drei waren es nicht auf uns oder alle... Scheiße. Ich bin von der Explosion und er hat sich zu überleben. Okay. Ästhetik oder Atta? Egal wen ich seh, ich knall euch einfach tot. Ich knall euch tot. Ach, das ist halt die Märtyron. Oh, guck mal was das ist. Ah. 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 So, für mich geht's wieder gut. Nein. Ich rotflinte. Ich... Ich... Jetzt. Hier brennt Blut. Egal wo ich hingehe. Der Innocente könnte doch mal mit mir reden. Komm schon. Der Innocente redet jetzt mit mir. Denk. Such ich dich mehr, als du mich. Weißt du... Das war's für heute. Blöi, warum schießt die Waffe nicht? Blöi, was? Jetzt, Alter, du bist 27 Mal auf, bis die schießt, oder was? Du kannst es nur nicht. Ja, ich kann nicht links gehen, oder was? Tja, putze, ey, du, das ist schon das zweite Mal, dass ich dich direkt vom Bomberang gekillt hab. Ist doch wohl lächerlich, ey. Baby war keine Verschwendung. Baby war keine Verschwendung. Achso, ja. Ich hab dafür direkt einen neuen Punkt gekonnt. So, das war wieder eine Runde Trouble in Terrorist Town. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schaut in uns in anderen Videos rein und tschüss. Tschau, ich mut einfach an.